Yo Pyrus, bevor das Video jetzt hier losgeht, muss ich noch etwas anmerken, da ja einige Leute leider nicht die Beschreibung lesen können oder es nicht wollen oder aus welchen Gründen auch immer da unten nicht reingucken. Das Video, was ihr jetzt sehen werdet und auch euch abgespielt wird, logischerweise wurde von Pyronews veröffentlicht. Ich habe ihn unter seinem Video gefragt, darf man das Video herunterladen und weiter verbreiten? Das ist der Wortlaut, den ich drunter geschrieben habe. Darauf hat er mir einen Link zukommen lassen und die Anmerkung, der Link enthält das Video Danke. Mit anderen Worten, wir dürfen das Video weiter verbreiten, bitte ladet euch das Video hier auch runter. Ich werde den Link unten posten oder direkt zu seinem Kanal verlinken und ja, dann hoffe ich, dass wir noch irgendwie was reißen können mit diesem Scheißverbot und wir sehen uns dann auch im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao. Wir wollen kein generelles Böllerverbot, sondern dort, wo es eben zu dieser Herausforderung führt, in den entsprechenden großen Straßenzügen oder an Platzplätzen, wo es die Menschen ist. So Leute, 23.56 Uhr, erstmal den Krächer. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Besonderstürze! Ich denke mal, Silvester, das ist bei uns eine Kultur, die besteht schon lange und dieser Feinstaub, wissen Sie, das wird alles so hochsterilisiert. Nicht nur die Böllerverrückten würde es hart treffen. Die Folge wäre eine Insolvenzwelle in der Branche mit einer Jahresproduktion von etwa 25 Minuten. Wir haben ein Verbot des Verkaufs von Pyrotechnik. Pyrotechnik vor Silvester, das wird vom Bundesinnenministerium... Es ist so, dass wir mit der Politik, mit Anwälten, mit jeglicher Couleur intensiv zusammenarbeiten und an allen Fronten Vollgas geben, vollkämpfen. Wir allerdings an dieser Beschlussfassung jetzt sehen, ist, dass der illegale Handel jetzt blühen wird und damit erst recht Unfälle mit Feuerwachskörpern passieren. Für Bürofans zieht es jetzt ins Ausland über die polnische Grenze. Ich habe jetzt knapp 200 Euro ausgegeben, gar nicht so für Knaller, sondern eher so für Leuchtfeuerwerk, dann eher auch für die Kinder. Wir haben ja auch diese Polenböller eingefahren vom Ausland und diese sind ja so gefährlich. Ein generelles Feuerwerksverbot ist ein großer Eingriff in die Freiheit. Freiheit ist unser oberstes Gut. Gerade in der Pandemie sollten wir damit sensibel sein. Ich bin der Meinung, das Feuerwerk soll da halten bleiben. Zumindest zu Silvester, das ist einmal im Jahr und ich denke, das ist okay. Ich selber bin kein Fan von Feuerwerk, zum Beispiel aus Umweltgründen. Aber irgendwie ist es schon ein schöner Gedanke, sich von diesem Jahr mit einem großen Knall zu verabschieden. Ich bin der Meinung, das ist wahr. Vielen Dank.